Das kann man bei so einem Säuwerter machen. Am besten geht man in ein Museum, in eine Ausstellung. Zum Beispiel im Fondau-Museum. Das ist jetzt eine Ausstellung von Frank Kaiser. Das ist so ein Fotograf, der ist auf der ganzen Welt bekannt und der kommt auch hin aus den Gärchen. Und da hat er auch einen Film gemacht zum Beispiel. Und da durfte ich die Musik machen. Und die Ausstellung, die läuft noch bis zum 1. September, kann man sich das nach oben gucken. Im Fondau-Museum. In voll.